Der ehemalige Nationalspieler Heiko Westermann schlägt eine Trainerkarriere ein. Der langjährige Bundesliga-Profi wird Co-Trainer bei der U17 von Fortuna Düsseldorf in der B-Junioren-Bundesliga-West. Westermanns Verpflichtung gab der Verein am Freitag bekannt. Chef-Trainer der Düsseldorfer U17 ist Ex-Profiens Langenecke. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat! Westermann, 35, hatte im April 2018 wegen anhaltender Knieprobleme seinen Vertrag bei Austria-Wien aufgelöst. Nach einer langen Bundesliga-Karriere bei Schalke 04 und dem Hamburger SV hatte er zudem für Betis Sevilla und Ajax Amsterdam gespielt. Februar 2019 mit der deutschen Nationalmannschaft wurde der 27-fache Nationalspieler 2008 Vize-Europameister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017